Willkommen bei Mathematik. Ihr habt mich gefragt, ob man bei Rechenaufgaben dieser Art zunächst geteilt durch oder mal rechnen muss. Müssen wir also hier zunächst dividieren oder multiplizieren. Führen wir also zunächst diese gelbe Operation aus oder diese grüne Operation. Denn das macht einen Unterschied und den schauen wir uns jetzt mal an. Zunächst mal hier in gelb. 60 geteilt durch 2, dort rechnen wir zuerst und dann mal 3. Wir bekommen dann 30 mal 3, denn 60 geteilt durch 2 ist ja 30. 60 geteilt durch 2 ist 30, 30 mal 3 ist, na klar, 90. Wenn wir also zunächst dividieren, also geteilt durchrechnen, kriegen wir als Endresultat hier 90 raus. Wenn wir zunächst mal rechnen, also zunächst 2 mal 3, sieht die Sache schon ein bisschen anders aus. Denn dann entsteht hier 60 geteilt durch 6, denn 2 mal 3 ist ja 6. 2 mal 3 ist 6 hier in grün und 60 geteilt durch 6 ist 10. So, was sehen wir? Na ja, wir sehen, dass 90 und 10 unterschiedliche Ergebnisse sind. Das heißt, das macht einen Unterschied, ob ich zunächst die gelbe Operation oder zunächst die grüne Operation ausführe. Jetzt ist die Frage, wie gehe ich hier vor? Was ist das korrekte Ergebnis? Die korrekte Lösung heißt 90. Wir müssen also zunächst die Division ausführen und rechnen dann mal. Wir dürfen die Multiplikation nicht einfach so vorziehen. Diese Rechnung hier ist nicht korrekt. Wir rechnen immer von links nach rechts. Es gilt ja immer Punktrechnung vor Strichrechnung. Da wir hier aber nur Punktrechnungen haben, rechnen wir von links nach rechts. Für gewöhnlich setzen wir auch Bruchstriche ein. Da gilt dann, der Bruchstrich ersetzt eine Klammer. Hier haben wir aber weder Bruchstrich noch Klammern. Das Ergebnis heißt hier 90. Wir müssen erst dividieren und dann multiplizieren. Rechenregeln sind immer wichtig. Schön merken. Und ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Lass es dir gut gehen. Dein Rick.